Der Kampf beginnt um den einzig wahren und einzig großartigen Kampf im gewerteten Gefecht. Murenkt. Amur nachts, Bilavik. Under the Oak. Oh, die Namen sind ja mir wieder richtig geil, junge Kampfform. Ich liebe die Namen jetzt schon. Ja, die sind voll geil. Ja, so, und damit willkommen hier bei, ähm, ja moin, hier bei World of Warships. Ich bin heute während im Fecht, wie ich schon gerade gesagt. Und, ähm, ich würde immer meinen, das wird erstmal hier irgendwie, was wollen wir, wo wollen wir denn, Mann? Keine Ahnung, ich fahr jetzt mal nach B, glaub ich, ja. Ich fahre nach B, und dann, ich, yeah. Oh, warte mal, hier gibt's, es gibt gar keinen Zerstörer. Oh, gibt's aber Minotaur oder so? Ja, Minotaur gibt's, nice. Das heißt, wenn der Spockkant vor mir fffsmirkt, kann ich ihm trotzdem ein Feet-Shot in da reindrücken. Jetzt mal aufhören mit dem scheiß Capture that Area, junge Alter. Alles nacheinander, alles okay. GK goes to A. Meint der jetzt unsere, oder? Nee. Oh ja, doch. I would love a little bit, ähm... What the fuck ist mit der Kamera los, ey? Ach ja, warte mal. Oh, what the fuck, das sieht ja voll kacke aus. Oh, das ist voll ungewohnt jetzt, what the hell? Oh, das ist das erste Mal, als ich diese Scheiße spiele mit der neuen Kamera, yay. Das ist irgendwie weird. Also, warum wir etwas ändern, was funktioniert und alle irgendwie sich dran gewöhnt haben. Nur, um jetzt Leute abzufangen, ha, ihr habt euch dran gewöhnt. Könnt mich mal... Jetzt gibt's hier was Neues, huu. Äh, witzig. Ich guck immer... Ich guck irgendwie so... Irgendwie so komisch aufs Schiff jetzt drauf, Alter. Ohne Witz. Aber kann mir das nur... Ja, das Gewöhnungssache wahrscheinlich, komm. Ich gewöhne mich da schon dran, kein Problem. Hab ich jetzt erstmal ein bisschen wieder gespielt, würde sich das wieder einpendeln, glaube ich. Okay. Okay, nein, das geht mir vor auf den Sack, johu. What the fuck. Okay, ich weiß auch, dass es ein paar Bugs gibt, wie zum Beispiel... Irgendwie, dass man so macht und dann schnell da rumzieht und dann kann man richtig halt eine rein drücken, wie man... Es gibt auch irgendwie, wenn man ein Auflegungssache hat und dann die und zwei rauszoomt und dann wieder reinzoomt, dass sich das automatisch halt verstellt. Also, so welche Bugs gibt's halt. Mit der neuen Kamera gab's da halt ein paar Probleme, gell? Sorry, ne, aber ich muss ja mal ganz ehrlich sagen... Ich find Kampfhoppel echt lustig. Du willst Support, Alter? Ich bin doch hier vorne, Alter. Komm mal ran jetzt hier. Was hängst du denn da hinten am Arsch da weiter rum? Komm doch mal zu mir. Wenn die Ohio um die Ecke ist, werd ich Radar anmachen. Na, schade, war niemand da. Oh, doch! Oh, shit. I don't like this situation. I don't like this situation. Alter, Junge, ist das ungeil. Oh, wo bin ich denn jetzt hier auf einmal? Oh, war das ein Traum? Oh, es muss wohl ein trausamer Traum gewesen sein, wie man es lieber nicht machen sollte. Oh, ich hatte so einen Traum, dass ich von mehreren Leuten übelzart vergewaltigt wurde. Oh, das war grausam. Ich sitze da immer noch lustig, obwohl es so scheiße warm ist, Mann. So, jetzt werden wir mal richtig... Ich meine, jetzt werde ich aber richtig hier reinzwerden, damit der Traum nicht wahr wird. Also, auch jetzt... Wortwörtlich, weil, ne, ich schwitze gerade jetzt schon. Kennt ihr das, wenn ihr aus der Dusche aussteigt und direkt schon anfangt wieder zu schwitzen, weil es so scheiße warm ist? Das ist echt... ...ungeil, muss ich sagen. Deswegen... Gute... Gott segne Klimaanlagen. Ja, das war echt so. Oder Ventilatoren eher, so. Oh, warte mal. Oh, ne, ich mach den jetzt nicht an, sonst ballert das hier voll im Video, da hab ich gemacht drauf. Das Teil hört man nämlich dann safe. Ähm, Witt und das hab ich gebockt drauf. So. Was gibt's denn hier so... Ach genau, wir haben Kremlin und Thunder als Feind. Ich darf jetzt, ähm... Ich hab schon Ehrigkeiten in Yashin nicht mehr gespielt, Mann. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass hier weich wie Pudding ist. Also keine Breitseite zeigen, so wie jetzt. Der Plan ist eigentlich so eine ähnliche Sache, wie halt die Dinge hinzumachen. Die Goliath einfach wegfahren und traue die ganze Zeit... Hi, it's, bam, you know? Das kann man mit diesem Schiff nicht auch ganz gut. Das ist nämlich schnell. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir die neue Kamera auch ein bisschen, muss ich sagen. Die hat irgendwie so... Keine Ahnung. Hat irgendwie was. Kann ich mein Schiff eigentlich noch angucken? Ne, mein Schiff kann ich nicht zwingend... Naja. Komm raus aus dem kleinen Versteckchen. Ich warte nur auf dich, mein lieber Freund. Ich bin so scharf auf deine... Nicht auf deine Zitadellen, nein, da hab ich keinen Bock drauf. Die fress ich nicht gerne. Ich bin so scharf auf deine Aufbauten, Junge, mit Feuer und... Hm, geil. Oh shit, man. Wie viel Schaden mach ich eigentlich mit dem Schiff? Ah ja, boah, ja, genau. Das Teil hat ja übelsten Höchstschaden. Ach genau, es waren ja auch höhere Kanonen, ne? Fetteres Kaliber hab ich. Was hab ich für ein Kaliber nochmal? Panzer-Durchschlagstab für da 52. Kommt trotzdem nicht ein Goliath ran, krass. Aber ich habe... 310. Mehr mal an mich. Ich hab nicht damit gerechnet, dass der Typ da rüberballert kann. Trotzdem... Mein Lack. Dass die kleine Pissnäger noch nicht brennen will, ne? Boah, das ist so komisch mit der Kamera. What the fuck, man. So viel an die Geschwindigkeit der Schüsse gewöhnen. Denn die sind ja... Oh ja, nice. Das ist ein bisschen schnell, langsam. Ich bin tatsächlich nicht sicher, wie ungefähr, wie sie sich unterscheiden zu der Goliath und anderen Schiffen. Sind aber auf jeden Fall schneller, das weiß ich. Ja, Junge, ich bin weit weg, weil ich da jetzt nicht dumm reinfahre und sterbe. Ja, Junge, hab ich halt gar keinen Bock drauf. Aber hide one. Fuck, was hab ich von euch, oder? Müsst du halt auf die Kremmen aufpassen. Was war das denn? Na ja, mal angenommen, die Kremlin kommen jetzt hier ums Eck, da kann ich eben vorhin reindrücken. Das einzige Problem, was ich glaube ich habe, ist die Thunder, falls die einen Shot um die Ecke macht. Also, naja, das heißt ein Dekker. Du wüsst schon, wenn er sich denkt, boah geil, da ist ne Yoshino an einer Insel. Dem fick ich gerne nur drauf hin. Da bin ich ehrlich gesagt, keine Lüse drauf. Was ist denn sein Plan eigentlich, Mann? Aber ich weiß nicht, wie ich weiß, wie ich weiß, wie ich weiß, das nicht. Und das ist Sinn. König. 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 Scheiße, oh Gott, nein, ich bin tot, ah, oh, HE, ach, ist das so angenehm. Oh, Hallöchen, mein kleiner Schnuffel, na du? Ist da Bock? Das war so klar, aber ich glaube, ich bin zu scheiße noch mal schnell. Fuck. Das war knapp, ey, aber ich war echt viel zu schnell. Danke, much apply, many things. Oh, ist dieses fette Schiff so schwerfällig oder kommt mir da so vor? Okay. 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 Ja, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Okay. 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 Ob ich ihn nicht schlecht finde? Ja, na, nee, nee, nicht wirklich, also, finde ich eigentlich ganz interessant, aber, ganz ehrlich, mich tut das eh nicht. Weißt du, ich spiele das Spiel nicht, wenn ich einen Sound-Sound-Wang, naja, deswegen eigentlich, egal. So, auf jeden Fall war's das mit dem Wanked, hier jetzt von mir, ich hoffe es gefallen und dann beim nächsten Mal, wann auch mal das sein mag. Tschüss.